Hey, ich bin Justin und du kannst mir helfen, das Game-Podcast mit mir aufzubauen. Ich möchte folgende zwei Fragen in meinem Podcast beantworten. Nämlich, was ist die Kunst des erfolgreichen Lebens und wie sollte ich leben, das Game spielen? Es wird um folgende Punkte gehen. Das Leben ist Play to Win, die tägliche Suche nach Zweck und Bedeutung, Bestimmung und Leidenschaft, Wege zur Exzellenz, persönliche Meisterschaft, die Suche nach der Wahrheit, kein B****, kein Öh, meine Gefühle, dies, das und Strategien zum Erfolg. Und du kannst mir helfen, indem du mit mir über irgendwas redest, was dich interessiert, auf Deutsch oder auch auf Englisch.